hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play mycraft heute hier so ich nehme mal meine sachen mit lol ich auch wolle eigentlich können wir uns schon wettmachen aber habe ich überhaupt monster an ja jeden mann sie sind an was zur hölle ist das oh mein gott was ist das ja super ich fall direkt ins wasser das bringt es jetzt can you kaputt mach dies krasblock hier i will give you a like for this lol das ist liedl liedl what the fuck holy shit okay da liegt mit holen ein schwein oh mein oh mein gott gustav gustav arasul hat dies schwein hier ist eine druckplatte oh mein gott der spricht mit mir gustav hallo besucher moment warte bist du nicht shadow the panda ja das bin ich ja du bist es mein freund arasul ist seit einiger weile nicht aufgetaucht du musst ihn finden wenn du mir sagen kannst wo er ist bekommst du originale super liedl wasser also viel glück das ist aber geil aber das ist her ich habe ok ok leute ok mein lieben leute wir sind jetzt voll wir haben jetzt etwas voll komisches erlebt bei uns ist einfach so ein liedl gespawnt wir haben gustav gefunden das geilste schwein im ganzen universum und wir sollen jetzt roman finden sprich wir sollten jetzt arasul hd finden ja ja gut habe ich gesagt ah leute ich weiß dass ich cheate aber so kennt ihr mich ja alter da sterben die skelette rinos und die zombie aus so gekillt ja wo sollen wir roman finden vielleicht gibt es hier irgendwo ein hinweis oder so ein ambos ein ambos ja gut ähm können wir schon mitnehmen aber das ist dann nicht geschehen okay es ist geschehen ich ähm ja jolo so wir holen uns glaube ich noch ein bisschen wer ist das geruchsneutral geruchsneutral hallo hallo bist du jetzt jetzt können wir ein paar leckere zombie brains fressen hm wir kriegen hunger als shop können wir auch noch murderino aber ich finde es so krass ein bisschen rohmann finden mein lieblings youtuber das ist richtig krass wir kriegen von gustav persönlich eine mission das ist richtig geiler rino das ist geil heute nicht vergessen live stream silvester live stream wahrscheinlich auch nicht so lange vielleicht eine halbe stunde oder so und ich glaube ich muss ja auch schon wieder die folge beenden ja so leute rinos das war's auf jeden fall mit der folge bis dann ciao leute